Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs heizen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Heizt, heizte, ist geheizt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich heize, du heizt, er heizt, wir heizen, ihr heizt, sie heizen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich heizte, du heiztest. Er heizte, wir heizten, ihr heiztet, sie heizten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich bin geheizt. Du bist geheizt. Er ist geheizt. Wir sind geheizt. Wir sind geheizt. Ihr seid geheizt. Sie sind geheizt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich heize. Du heizest. Er heize. Wir heizten. Wir heizen. Ihr heizet. Sie heizen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich heizte. Du heiztest. Er heizte. Wir heizten. Wir heizten. Ihr heiztet. Sie heizten. Den Schluss macht der Imperativ. Heize du. Heizen wir. Heizt ihr. Heizen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb heizen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Damit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017